jetzt bräuchten sie und so für eine Anmoderation das ist ja nicht es gibt es einen Weiß-Vielaufglück Deine Ernst am Montag Ohr Alter bist du das? Ja das bist du Hallo! Wie geht's denn? Ah. Ich fahr nach... Hey Yoh! Hey Yoh! Ja! Hui! Er darf sich die Folge nie angucken. Wow 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 wow! Ehehehehehe! Ahahahaha! Scheiße! Mann! Was ist denn los mit uns grad? Wir sind voll auf Drogen DROGEN! Diese Stille hat auch einfach... Was fand ich denn grad für ein Scheiss, Alter? Nein, nicht! Was war das jetzt gerade? Ein Fick? Oh, scheiße! Nein! Was war das? Alter! Ja, natürlich! Übersteuerung pur einfach! Erst die Sion zu Anmoderation, dann das darf. Die Folge schon wieder von Arsch! Alter! Zum Glück sind es nur 300, da musst du nicht allzu lang warten. Alter, was war das jetzt? Was ist das? Das ist das, wenn du nicht ausgetränkt hast, dann total schnell gefallen bist, in die Box zu schnell. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Das war das, die es nicht alles. Und das war das, die es nicht alles. Und das war das, die es nicht alles. du hast ein Blatt verpaltt Bittscheiß Frieden, laut Gold-Minecraft-MP. Ja, es ist ein einziger Besonderer, die Fähigkeit, weil du gewiss du mir in 12200 Folgen anguckst. Ja, was weiß ich von mir. Was sagst du nun? Sagst du nun zu mir? Ich hab wenigstens die Skills in 1200 Minecraft verloren. Aber zu produzieren wolltest du nicht? Hä, genau so wenig. F7... Mach doch mal Musik! Ja, gelten, Formel 1 ist im Sieg rein. Aber dann hat die Geber frei. Abkommen jetzt schon mal zu. Und wir abnehmen halt bei Enix. Okay, da ist die Deutschen vorbei. Oh, die Deutschen kommen nicht so. Das ist ja nicht vorbei. Ja, ich wusste nicht. Ich bin die zwei Sekunden. Oh, gerade noch die Wiederholung. Ja, da war noch nichts. Ja, aber dann hier gleich. Na, kommt nicht erst noch die Halbrunde. Ja, da war noch nichts. Ja, aber dann hier gleich. Na, kommt nicht erst noch die Halbrunde. Nee, erstmal hier. BWeM! Ich bin da hinten. Ja, aber da versteh ich mich. Was ist denn da ausgeflippt? Alter, ich glaube so absichtlich. Alter, und da habe ich gerade noch so, Alter, aus meiner Perspektive, um so richtig gut. Fahrer-Perspektive, denke ich. Wie ich gerade noch so die Kurve gekriegt habe. Nein, das bist du. Das warst du. so gut trägt mich doch total aus bis an den rang und ich ziehe hier gerade noch ich will einfach nur bei den box vorhanden ok das ist für diese folge gucken mal auf die nächste folge musik auch richtig gut einbauen können der lautstärke ja das war wieder lautstärke dann gibt es so schon das